Windows, Microsoft Edge und Office 365 Lernen am selben Gegenstand Microsoft stellt verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung, um die Barrierefreiheit zu verbessern. Diese Hilfsmittel stehen allen Lernenden zur Verfügung und eignen sich für den Unterricht. Deshalb zeigt diese Videoserie eine Auswahl dieser Hilfsmittel jeweils in einem zufällig ausgewählten Unterrichtssetting. Die Videos sind bewusst kurz gehalten und keine Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Sie sollen anregen und motivieren zum selber ausprobieren. Für die Umsetzung ist es empfehlenswert, die Hilfsmittel selber auszuprobieren. Die Möglichkeiten mit Blick auf die eigene Unterrichtspraxis zu reflektieren und dann in einem ausgewählten Unterrichtssetting das Hilfsmittel einzuführen und es anschliessend regelmässig zu nutzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Freude beim Ausprobieren der digitalen Hilfsmittel für den Unterricht.